Ich hab gesprengt, Mensch, kein Schau. Und auch, er hat mein Haupt gesprengt. Alter. Alter. Okay, ich komm. Alter. Alter, ist der langsam, ey. Das ist so ein Muchraptor, lass den mal umbringen, lass den neuen machen. Ne, ne, lass mal. Ja, aber das macht keinen Spaß mit dem, weil der einfach so schlecht ist. Oh, ich hätt Bock auf nen T-Rex oder so einen. Wollen wir T-Rex? Den machen wir als Freaks. Okay, nice. Mit dem Raptor ja keine Sternen, von denen die ganze Zeit fliehen und so. Ja, aber T-Rex ist doch eh nicht schnell, oder? Ja. 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 Chilli krackt, mein Niggisch. Dein Niggisch? Hör, mein Warrior! Ich sag mal, genau, ich schiebe bloß Wert. Ja. Schaffst du doch? Schlecht. Hä? Du Mundkopf! Dein Meister hat den Gärz nicht gebraucht. Schalt. Hä? Diggas, bist du Jürgen? Ich wollte dich erschrecken. Ganz lustiger. Ich leg das in seinen Inventar, okay? Jürgen, den Mann in meinen Niggischen. Ja, hab ihn in deinen Inventar. Okay, ich komm gleich wieder. Passt du kurz auf den Oktober? Ja. Danke schon. So. Wir müssen ihn in den Towers sehen. Jeder will bei den anderen. Aber es kann letztendlich wieder gehen. Hi Anna, wir müssen ihn in den Towers sehen. Jeder will bei den anderen. Lass mich los! Lass mich los! Aber es kann letztendlich. Wow! Wow! Ich hab mich ja nicht mehr. Ein bisschen verstehe ich. Hey, wie ist der Verkehr? Der Verkehr? Ich hoffe, die Winter Street. Warten wir eigentlich mal hin. Hast du das erraten oder folgst du mir? Kannst du den Vollack da reinschauen oder nicht? Ja, das meinst du. Das ist Treffelbombe. Hörst du zu? Sehr gut. Hörst du denn hier ist keine Bombe? Hm. Wenn wir mal mit einem Quartner die auf dem Cashcon fertig sind, dann denke ich das, die wir heute mal rein. Oh, hey. Ich bin mal rein. Ja, das steigt mal ab, also das ist meiner. Ja, du kriegst schon mal Level 3, schon mal 3 Level dazu. Ja, du kriegst schon mal 3 Level. 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 Junkie und Monkey ganz lustiger, reden ich bitte inshallah das ist das Maul oh Digga tschüss Alter, willst du Stress? Digga Junge du triffst mein Nigaschen Nigaschen Digga das tut mir aber leid der ist tödlich gleich, guck mal hab mal ein bisschen Respekt inshallah wollen wir es ausprobieren soll ich es auch mal machen? ja aber ich kann nicht, er hat ungebot, ungebot nix ja Digga, nein, 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 oh Digga, ich bin jetzt so kalt Digga er kann nix, was ein Opfer ich will halt nicht so nah an den Raptor kommen Digga Digga, der kann halt wirklich nix Digga hey, komm mal oh Digga, du hast grad Gudknick Gudknick như ides Gudknick MudTh